Herzlich Willkommen im neuen Weekly! Wir nutzen das perfekte Wetter und grillen in der Mittagspause, aber lasst uns erst mal noch zu Ende die VUTEC und den Kalender aufbauen und einrichten. Was geht? Einen wunderschönen guten Morgen und zwar die Maschine, die wir letzte Woche hier in diese Halle gefahren haben, wird gerade jetzt installiert und aufgebaut von zwei Technikern, die da sind. Das Gleiche passiert auch gerade mit dem Kalender. Der soll nämlich unseren alten Kalender ersetzen bzw. wird der alte Kalender gerade auseinandergebaut. Da muss ich nochmal nachfragen, ob er den überhaupt war. Robert, ich hätte eine ganz kurze Frage. Der alte Kalender wird doch gerade auseinandergebaut. Behalten wir den überhaupt? Ja, natürlich behalten wir ihn. Der kommt nur woanders hin? Nee, der kommt nicht woanders hin. Der wird das Bett gewechselt. Achso, okay. Na dann ist das ja jetzt korrekt. Und der neue Kalender, der kommt dann quasi nur an diese alte Position? Nö, der steht auch hier, da wo er steht. Der bleibt auch hier stehen? Genau. Gut, ich habe euch Blödsinn erzählt. Bei dem alten wird nur ein Teil ausgetauscht und der neue bleibt hier stehen. Jo moin, was geht's? Hey, welches Teil genau tauscht ihr eigentlich hier aus bei dem Kalender? Also das neue Teil, das liegt schon hinter der Maschine. Das umlaufende Filzband werden wir austauschen. Das alte haben wir jetzt schon zerschnitten, liegt jetzt als Schutz unter dem Kalender, damit das neue einfach auch nicht schmutzig wird. Ja, jetzt müssen erstmal alle Walzen raus und anschließend dann samt die neuen Walzen wieder rein. Sehr geil. Jetzt hört sich noch viel Arbeit an, aber ihr wollt heute fertig werden, oder? Ja, heute schräg schräg morgen Mittag. Ist die späteste Deadline. Alles klar, sieht doch gut aus. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die Materialien hast ja gut. Ja ja, aber man kann ja, wenn das zu mir Weiß nur noch, ob das Punkt abbringt. Musst du mal alles probieren. Oder halt stark aufwickeln. Also Erik, wir gehen uns jetzt mal die zwei Maschinen ansehen. Jawoll, wir gehen was angucken. Also welche Maschine genau gehen wir uns jetzt ansehen? Ja, die fünfte GS 5000. Die fünfte schon? Ich glaub das ist die fünfte. Kannst du überhaupt deine Druckmaschinen noch zählen? Ja, also zum Glück. Nee, ich hab die auch alle ganz lieb an so Maschinen. Du gehst die mal knuddeln, ne? Ja. Natürlich ist auch Erik wieder sehr nah an unseren Mechanikern und an dem ganzen Prozess, der mit den Maschinen zu tun hat, dran. Und schaut sich alles an, inspiziert alles und fragt nach, ob es den Leuten gut geht. Aber in erster Linie, ob es der Maschine gut geht. Zwischenfazit läuft gut. Also die Maschinen, die wir aufstellen, ist ja immer so ein bisschen eine Herausforderung. Wo stellen wir die hin? Wie richten wir die ein? Und so weiter und so fort. Hier haben wir jetzt bei den Kalendern die Herausforderung. Der hat eine sehr große Walze mit sehr hohen Temperaturen fahren können. Das ist unser Backup-Kalender. Der ist etwas kleiner. Müssen wir jetzt noch die richtige Einstellung finden, aber funktioniert, denke ich mal. Und die Bootec, die ist auch im Werden. Also da wird jetzt halt der Tinten-Switch gemacht. Also die hatten vorher dann eine andere Tinte drin. Wir haben ja unsere eigene Spezialtinte sozusagen. Und noch ein bisschen putzen, einrichten, ausrichten, nivellieren und so. Und dann geht das in die Produktion. Geil, da haben wir schon wieder neue Maschinen. Ey, danke für deinen Update. Sehr gerne. Bis später zum Grillen, ne? Zum Grillen. Aber nenn die Hände schneiden. Nein. Gibt's lecker zu trinken mit Minze und Lemongrass. Und fetter Sicky, rein da. Ey, wie sieht's mit dem Käse aus? Es geht noch. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Mega. Ey, ist echt krass. Mr. Krabs wird stolz auf mich sein. Okay. Der Mann mit den Schere in den Händen. Wir sind natürlich im Edeka hier um die Ecke einkaufen gewesen und haben für unsere Mitarbeiter Käse geholt. Den guten Quietsche Käse. Der ist nur echt wenn er quietscht. Ansonsten gibt's für die Vegetarier und Veganer noch ein paar Steaks und Gedöns. Und es gibt viele frische Bratwürste und Hähnchen-Steaks, Puten-Steaks und Schweine-Steaks. Und dezenter Sacki. Aber nur nicht unbedingt viel. Da gehen wir später drauf ein. Erik hat für uns gekocht. Wir gucken jetzt das mal an. 1, 2, 5 Liter Sacki. Also in den Büros wird's nachher maximal lecker riechen. Bezurzen Sie die Wurst bitte! Ja! Ja! Ohhhh!